Habt ihr haltet irgendwo meine Akzentasche? Ja, die ist ja vorne. Die ist ja vorne. Ja, weil du jetzt gerade ansteckst. Ok. Die kann ich bei uns zeigen. Dann gebe ich dir's. Ja. So. Aber auf dem Auto machen. Ja. Aber die A8 ist schon die Autobahn, auf die wir drauf holen, oder? Mit der anderen Richtung. Ja. Aber hier ist doch fast nur der Einrichtung der Autobahn. Ich glaub, das ist schon die, auf die wir drauf holen. Ja.